Ich bin deine Mutter. Ich habe dir das Leben in den Körper hineingeschenkt. Weil ich dich auf die Welt gebracht habe, hast du nicht in der Hölle bleiben müssen, wo alles auf das Leben warten muss. Die Grazkunst, das ist, wenn die künstlerischen Menschen ihre Gefühle in der gefühlvollen Stadt zusammenreißen. Also, wenn sich eine Kunstsorte einen einmaligen Anfang herausnimmt aus dem gefühlvollen Grazmenschen.